So, die letzten Informationen, liebe Zuschauer, gibt es noch von mir? Ja, ja, die Finnen sind natürlich gut drauf, keine Frage. Ja, ja, ihr feiert noch, ich weiß, die ganze Nacht durch. Morgen, liebe Zuschauer, ist ein Tag Pause, auch für uns der Reisetag, um nach Moskau zu kommen, wo ja die deutsche Mannschaft dann gegen Russland raten muss. Das Ganze dann voraussichtlich ab 20 Uhr, um 19 Uhr ab deutscher Zeit am Donnerstag und natürlich auch noch Tschechien gegen die USA. Sweden against Canada, right? I don't care. You don't care, okay. Und die Finnen, liebe Zuschauer, dann gegen die Dänen, aber nicht zu vergessen, die deutsche Mannschaft mit der schwersten Aufgabe. Ja, 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 you can drink a beer. What about drinking a beer? Ja, ja, genau. What did you say? Do you want beer? Ähm, is it good? Ich glaube, ich gehe lieber dahin, wo gelegentlich auch mal Bier getrunken wird, nämlich in die coolste Kneipe, die ich kenne, in die Elffreunde Bar in Essen-Rüttenscheid. Jetzt geht es weiter mit dem Bitburger-Fan-Talk und die singen, glaube ich, noch die ganze Nacht. Jungs, macht weiter. Alles Gute, bis Donnerstag. Mit vom Mitk Ja, genau, genau!